So, zur Treppet Stormbox. Bin mal gespannt. Den Hersteller hatte ich bisher noch nie. Natürlich mit so einem Kleber. Ach, wie ich dieses Klebeteil hasse. Kann man so ein Klebeteil nicht weglassen. Kann man solche Kartons nicht besser bauen. Ist da noch was drin? Das nicht klein und kompakt gehalten. Hat noch eine Anleitung dazu. Also Gewicht haben wir schon ordentlich mit einem Kilo. Boah. Der Klang. Sind noch Tasten. Alles. Kann man das lesen? Ja. Kann man. Was haben wir an Anschlüssen alles? Wenn ich das mal aufbekommen würde. Mann. Ich zeig euch die Klare nochmal. Also jetzt bin ich verbunden. Hier die Anschlüsse nochmal. Also USB Typ C und USB. Jetzt bin ich mal gespannt auf den Klang. Wo habe ich hier mal was, was mir nicht gleich gesperrt wird. Da wird mir ja gleich das gesperrt. Das ist jetzt halbe Lautstärke. Und ohne Bass. Bass mache ich jetzt mal an. Ein bisschen mehr Volumen merkt man schon. Ein bisschen mehr Volumen merkt man schon. Hier macht man Stopp. Und jetzt geht es ins Freie. Da wird 100% gemacht. Das war der Lautstärke. Das war der Lautstärke. Das ist der Zukunft. Das war der Welt. Das war die awarded Scheringer. Ja. Das war der Zukunft. Das war der illegally in Soorbra. Rähemannannnachaufant ein Bern doubt ist. 05cm Euroannwww.